moin moin meine lieben freunde hallo und herzlich willkommen ja waren wir hier nicht schon mal könnte ich jetzt der ein oder andere vielleicht fragen und ich müsste sagen ja wir waren da da frisst frisst vor der tür da kann man ja und wieso haben die zwei granaten überlegt und die eigenen im endeffekt auch noch! Ich hasse das! Ich hasse es! Ja, scheiß auf diesen Sensor! Wir haben keine Granaten mehr. Das heißt, wir machen jetzt... Na, gib doch mal das Ding daher. So, das, da, das, da, das. Kennen wir das schon? Ja, irgendwie kennen wir das hier alle schon. Wir prügeln uns wieder mal mit Kisten. Warum? Weil ich beim letzten Mal was übersehen habe. Ich ziehe mich mal kurz zurück und gucken wir mal, wer gewinnt. Aua! Lass mich aus dem Spiel raus! Zwei sich streiten, kloppen sie auf den dritten oder was? Headshot, biatch! Ich könnte gleich mal wieder CS spielen, aber da liegt im Moment gar nicht mehr so Lust zu. Generell im Moment spiele ich ja relativ wenig Zeitgründe, denn ihr wisst ja, wer hier länger dabei ist, auf jeden Fall, ansonsten... Joa. Äh, ja. Ist es so. So, dieses Mal, Moment, gehen wir mal zuerst hier hinein. Äh, hier hinein. Ah, uh, ja, da ist nicht mehr doch gerne alles mit. Ne, das ist auch ein schönes Bild. So, because it's a cause I can go. Und because, ich sollte nicht nochmal... Oh, dieses Mal sind die Dinger weg und explodiert. War die Schlacht etwas größer? Ich warte mal auf, dass da gleich ein Headcrabby rauskommt. Wir wollen ihn bei seiner Mahlzeit noch nicht direkt stören. Erst wenn wir... Na, genug an ihm dran sind! Aua! 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 Das hat gezickt! Das war gemein! Okay. Hallo? 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 So, er mag nicht Kollege. Ich hätte darauf schießen sollen. Aber er hatte uns anscheinend zu früh gehört. Gesehen oder wie auch immer. Hm. Hm. Gefällt mir das, dass wir hier reinkommen? Ich bin mir nicht sicher. Türgeräusch. Warum trifft mich die... Ich hasse diese Scheinwellen, dass die um die Türen gehen. Iiii! Ne, du herstliche Kröte, du! Ich mach die Schnieder immer wieder. So, und da... Warum überse ich die Scheißdinge immer? Ich weiß es nicht. Because reasons. So. Das ist natürlich kaputt. Das ist natürlich zu! Und da kommen wir nicht rüber. Ähm. Ich mach erst mal kurz... Den hier. Ich mach mal zweimal. Beim ersten Mal dauert es immer so schnell, dass ich denke, das hat sich gemacht. Komm ich da vielleicht rüber. Oh! Ne. Höchst wahrscheinlich nicht. Hm. Ja. Im Übrigen, schön, dass die Fluchttür zugeschlossen ist. Hat viel Schönes. Da unten müssen wir doch rein, aber wie? Huh! So. Ah! Irgendwann lerne ich es nochmal. Irgendwann! Irgendwann! Da haue ich hier so richtig ein, ey. Was? Oh Gott, wer kennt die Serie noch? Die Bushs, ne? Präsident Bush. Irgendwie so eine Comedy-Verarsche davon, dass er noch Präsident war. Hallo! Ähm. Das gefällt mir weniger. Ist es zum Glück nur Emergency-Flares? Der hat es natürlich überlebt! Da, la, 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 la. Ich darf mich wirklich durch! Na rum überleben, wieso was immer? Stimmgewirr! Hä? Da oben! Ups! Äh! Moment, Moment, Moment! Moment! Ich will ein Scharfschützengewerben! Also unfair! Ihr seid ausgebildete Combine-Soldaten! Spacka! Okay! Wir haben fast keinen Mutti mehr! Yeah! Mal wieder auffüllen direkt! Komm ich da in die Ecke! Komm ich da! In die Ecke! Wahrscheinlich kommen wir aus der Ecke nie wieder raus! Daher lassen wir es mal lieber! Hörsa! Verdammt! Granatenschrotz-Muni! Okay! Nobody knows! The travel I've seen nobody knows! Ohohoho! Fress die Granade! Da 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 da! Jetzt haben die echt überlebt? Das gibt's doch nicht! Wenn man nicht hinguckt, sterben sie einfach nicht! Hallo! Hä? So, du kleine Ratte! So! Hehehehe! NPCs teabaggen! Hilarious! Auf das Fass hauen und dann explodieren! Wäre genauso geil jetzt gewesen! Vor allem, wenn das nicht durch die ganzen Granaten hochgegangen wäre! Retschi? Bist du es? Du hast Hunger? Ähm! Ich glaube ja! Ich glaube Retschi hat Hunger! Aua! ahh! Tut das immer Not! Ahh! Tut das Beine! Immer Not! dass wir eine kriegen. Auf fürs Blut. Ja, wie war euer Tag heute so? Ja, leckt mich doch, weil ich runtergefallen bin. Wieso verliere ich alle Waffen, wenn ich runterfalle? Was ist das denn für eine Logik? Das kann doch Retschig gewesen sein. Das hat mir alle geklaut. Schön groß an dieser Stelle. Okay, Magnum und Axt haben wir zumindestens. Schnauze. Coole Technik, auch wenn teilweise veraltet. Sehr coole Technik. Oh, wir haben Granaten. Ich mag die Magnum. Ist eigentlich eine meiner Lieblingswaffen in den Hafen dafür mal gewesen. Der kleine One-Shot-Bastard. What? Noch Strom. Stimmt ja, mit E kann man auch nicht. Vielleicht haben wir so den Bildschirm vorhin auch wegbekommen. Warum geht's hier nicht durch? Na toll. Ich will da nicht runter. Ich wusste, dass hier unten was wartet. Ah, ich liebe die Waffe. Ich liebe sie so sehr. Magnum ist Liebe. Magnum ist geil. Da möchte ich gleich drauf sch... Hey, was finde ich mit der Scheiße? Weg damit. So ist gut. So ist gut. Mehr brauchen wir doch schon. Jo, der ist kalt durch die Explosion gelaufen. Ich würde mal einen Cheater. Vor allem, wir haben jetzt einen Granat Launcher. Das heißt, es ist Zeit, dass ich mich höchstwahrscheinlich gleich selber töten werde. Zumindest stehen die Chancen jetzt sehr gut. Das hat sich gelohnt. Da ist schon er. Da kommen wir her. Aber wo gehen wir hin? Ja, wo geht's der hin? Guten Appetit. Ja, geil. Jetzt sind wir wieder ausgerüstet. Mehr oder weniger. Ich möchte die und die haben. Dann bin ich glücklich. Ob ich das Ding wollte... Nein, das kann man nicht zerstören. Nein, 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 nein. Aber wo soll es jetzt bitte weitergehen? Das ist... Fuck you! Fuck you selber! Nett! Wie man hier begrüßt wird. Äußerst nett. Boah, das ist da drühe. Sieht auch sehr nett aus. Aber sag mal, das geht mir so ein bisschen auf den Sender, dass da echt alles angezeigt wird. Und das war doch eigentlich auch so eingestellt, das... Dialoge! Das seid ihr auch 100% eingestellt schon mal. Hm. Ja, super. Wir gehen zurück. Hey, hey! Äh, ja, also, ähm... Seht ihr vielleicht den Weg? Ich übersehe ihn bestimmt. Ihr habt ihn schon 100% gesehen. Ihr habt das mit Sicherheit schon 20.000 Mal gesehen und durchgespielt. Ich sehe ihn nicht. Kann ich hier denn irgendwas verdammt nochmal bedienen? Wie das da zum Beispiel. So, Herrlichen. Puppelchen. So, die armen Jungs da unten müssen ja was zu essen kriegen. Hier, bitteschön. Lasst's euch schmecken. Hier. Guck mal, hier kleines. Hier, da. Hm. Hehehe. Hup. Hehehe. 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 Ja, perfekt. Go, go. Los, go, go. Nein. Ja, ich glaube, wir müssen nur unterdurch. Den sollte ich nicht zerstören. Dann wäre der Weg wahrscheinlich abgeschnürt. Ich hab's gehört. Das ist jetzt die große Frage. Hehehe. Wir nehmen den Weg. Und dann hier. Und dann geht es da weiter. Okay. Ich möchte jetzt einfach mal wissen, ob's geht. Ja, verdammt. Das Ding ist noch unter. Wüste. Viel Schuss haben wir leider nicht mehr für die wundervolle Lümmagnum. Scheiße, bei denen ich One-Shot ist. Gott, warum ist hier unten so nass? Ich fühl mich ja fast wie im Herrenhaus von Resident Evil. Oh, da hätt ich auch mal Lust. Ich muss hier vielleicht... Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Was ist das denn? Ja, hallo? Okay, scheint gespeichert zu haben. Können wir wieder gehen. Ja. Was uns passiert und erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, was euch an den Zuschauern. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.